Moin. Servus. Wer hat Moin gesagt? Ich bin's, mein Jung. Kölner. Kölner? Der kommt aus Oldenburg. Aber mein Jung, mein Jung, sagt man das nicht in Köln? Nee. Kann sein. Du kommst aus, ich komm nicht aus Köln, ich komm aus Oldenburg. Wie geil ist das, mein Jung? Ich nehm alles zurück. Und seit der Klage kommt mit der Nummer so, kannte wieder keiner. Ich kannte ihn nicht, er kannte ihn auch nicht. Aber die Stimmfarbe passt, ist gut bei allen, glaube ich. Ich musste ihn ein bisschen gegen diese breiten Pop-Voices ankämpfen und hab einfach oktaviert. Ich geh jetzt eine Oktave höher und hat sehr gut geklappt mit den Jungs. Alles klar, hören wir uns an. Ein altes Foto in meiner Hand, als wir kaum wussten, wer wir sind. Fünf Sommer und wir waren endlos, bis jeder seine Wege ging. Tim ist jetzt in Freiburg, Tobi in Berlin. Philipp wurde Anwalt, nur Hammer ist geblieben. Manu wollte Tänzer werden, jetzt macht der BWL. Die Zeit vergeht im Rückspiegel so schnell. So laufen die Jahre. Und wir an, nach dem Enden an. Und auf der Reise und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. Wir starten von vorne, wir starten von vorne, wir starten von vorne, wir starten von vorne. Wir starten von vorne, geben fast auf, stolpern uns bald und ziehen uns wieder rauf. So laufen die Jahre und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. War kurz zu Hause, war lang nicht hier, wo Stein auf Stein wie früher steht. Die alte Straße ist fast wie damals und doch hat sich zu viel gedreht. So laufen die Jahre weiter ins Land, so fängt das Neue nach dem Alten an. Wir sind auf der Reise und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. Wir starten von vorne, wir starten von vorne, geben fast auf, wir stolpern und fallen und ziehen uns wieder rauf. So laufen die Jahre und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. Mami, Mami, es tut mir leid. Kevin, du hattest ja voll den Texthänger und ich weiß nicht was. Das geht nicht, dass du den Text vergisst. Ja, es tut mir wirklich leid, ich war echt im Film, ich habe den Song nicht gekannt. Heute nach war eine harte Nacht. Ihr habt ja gesagt, ihr habt den Titel alle nicht gekannt. Es ist keine Ausbildung, du hast recht. Es ist echt keine Ausbildung. Ich meine, es ist fast keinem passiert. Raphael, ich war ein bisschen enttäuscht. Weil du so Verhalten manchmal so, weißt du, als du beim Casting da reinkamst. Mensch, da kam mir, du hast da losgelegt, davon war nichts da. Raphael, Mensch, ich habe dich gar nicht so in Erinnerung gehabt. Du warst eher so der kleine Gangster mit Käppi rückwärts. Ja, nee, aber du warst für mich heute schon ein bisschen lebendiger, muss ich sagen. Sogar ein bisschen lustig und so habe ich gar nicht mit dir. Also, es ist für mich echt spannend, wie es mit dir weitergeht, weil ich hatte dich gar nicht mehr so im Kopf. Kevin, war genau die richtige Entscheidung, dir meine Goldene zu geben. Ich weiß, dass du hier in Südafrika für die großen Gefühle sorgen kannst. Und auf diesen Moment freue ich mich jetzt schon. Die kommen auf jeden Fall noch. Du bist ein Naturtalent, du hast, glaube ich, die nötige Zeit gereift. Du bist auf der Bühne einfach ein Showmaker und das gefällt mir sehr gut. Ich drücke euch die Daumen, dass es sehr weit geht. Danke. Die durchgehend beste Leistung, ja. Fand ich, also, wer es souverän gebracht hat, ist für mich eben der Joshua. Auf jedes Stolpern, jedes Scheid. Der Beste von sowieso, ich glaube, der besten Gruppe auch, ja. Also, weil ihr wart einfach für uns so die besten Stimmen von den Männern, die wir so im Moment haben. Ja. 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 Das war geil. Ich bin mega glücklich gerade und dabei, ich freue mich auch für meine Jungs. Ich glaube, durchgehend, obwohl wir auch ein paar Hänger dabei hatten, hat trotzdem jeder nochmal ein paar positive Worte mitgekriegen. Und ich glaube, das hat gereicht für uns alle. Aber abgerechnet wird am Schluss.